Er konnte eigentlich nichts machen, weil nicht genau... Genau so fällt es! Genau so fällt es! Bruma macht sein Tor! Hannover gibt den Eckball an den HSV! Der hätte keiner sein müssen! Nein, gar nicht. Für Hannover 96. Guter Ball! Ja, schlauter! Hier kann der Tor! Ein Weltklasse-Tor von Jan Schlauthoff! Über 1000 Minuten ohne Bundesligatreffer am Stück! Und dann hier! Boah, war das eine Variante! Und ein super Tor von Jan Schlauthoff! Da hinten ganz! Mutterseelen alleine! Volles Risiko! Voller Erfolg! Voller Ausgang! Wahnsinn!